Musik Nahrungsrat zum Bundesrat zum Landtag und zum Europäischen Parlament Stellvertretend für alle darf ich hier Frau Mag. Claudia Schmidt aus Salzburg und unserem Abgeordneten Generalsekretär Peter Haubner herzlich willkommen. Ich freue mich und begrüße alle Präsidenten der Salzburger Kammern, die heute auch in der Ausführung stehen die Gästen im Sitz und darf stellvertretend hier und den Präsidenten auch in der Kammer Siegfried Bichler herzlich begrüßen. Ich begrüße die Bürgermeister, viele am besten Bürgermeister sind heute da, den obersten Bürgermeister, Gemeindenbund Präsident Mödelhammer, herzlich willkommen. Ich begrüße alle Partner aus Verwaltung, Justiz, Exekutive und den Einsatzorganisationen. Ich freue mich auch, heuer wieder nachhafte Gäste aus den Bildungsmessen, um den Salzburger und Medien begrüßen zu dürfen. Hallo! In diesem Zuletzt möchte ich mein Presidium der Wirtschaftskammern Salzburg begrüßen, Andrea Stiefler, Bikister Peter Genser und Dr. Peter Unterkopf, stellvertretend für die viele Funktionäre und Funktionäre, die auch heute nicht mehr haben. Das ist jetzt selbstverständlich ein Traum.